Drei Jahrzehnte sind Dominique und Francis schon zusammen und bis heute kann nichts ihre Liebe erschüttern. Vor zehn Jahren waren sie das erste homosexuelle Paar in Frankreich, das einen eheähnlichen Pakt fürs Leben schloss, den sogenannten Pax. Bis heute bereuen sie das nicht, obwohl ihnen die Entscheidung damals nicht leicht fiel. Für mich war das mein Coming Out. Wer Ähnliches erlebt hat, weiß, was ich meine. Es ist nicht einfach gewesen, sich in diesem Alter in einem etablierten Beruf und Leben zu seiner Homosexualität zu bekennen. Es war, als wenn ich neu geboren würde. Es war einfach ein gutes Gefühl, diesen Schritt zu gehen. Mit dem zivilen Solidaritätspakt können homosexuelle Paare in Frankreich ihre Beziehung auf eine rechtliche Basis stellen. Doch das geht Dominique und Francis nicht weit genug. In Belgien gibt es seit 2003 die gleichgeschlechtliche Ehe. Darum wandern beide ins Nachbarland aus. Wer hätte vor 20 Jahren gedacht, dass mir unser Bäcker sagt, ich habe gerade ihren Mann gesehen oder ihr Gatte. Daran sieht man, wie Gesetzesänderungen auch zu einer Veränderung der Mentalität führen. Jedes Jahr feiern beide ihren französischen Solidaritätspakt. Doch sie hoffen, dass ihre Heimat dem Beispiel Belgien folgen wird. Wir fordern für homosexuelle Paare die gleichen Eherechte wie für heterosexuelle. Das heißt auch Rechte als Eltern. Die eingetragene Lebensgemeinschaft in Frankreich steht allen Paaren offen. Genutzt wird sie vor allem von Heterosexuellen. Doch auch Dominique und Francis feiern das Jubiläum gern. Nach zehn Jahren.